Hallo, womit kann ich Ihnen helfen? Wenn es möglich ist, würde ich gerne diese Kaumis zurückgeben. Die sind absolut widerlich. Zeigen Sie mal hier. Das sind keine Kaumis, das sind Heftpflaster. Achso, dann würde ich gerne diese Heftpflaster zurückgeben. Okay, und warum das? Ich glaube, da hat jemand schon eins gegessen.